hallo ihr lieben herzlich willkommen zu den top 10 bond cars meiner meinung meiner meinung nach das ändert sich so wie wenn leute mich fragen was ist denn dein lieblingsbond film muss ich auch sagen das ändert sich alle paar jahre ich kann es gar nicht ja es gibt nicht so es ist nicht so in stein gemeißelt für die ewigkeit aber als ich letztens über so ein kleines modell auto der es gab mal so eine magazin reihe über bond autos und da war immer ein auto dabei richtig schön wie in so einem kleinen diorama und die haben glaube ich über 127 bond autos denn nicht nur die autos die bond fährt sondern alle autos die in den filmen vorkommen also als ich über so ein ding gestoppt bin dachte ich mir wir müssen unbedingt einmal ganz kurz über die top ten der bond autos sprechen ja also auf platz 10 für mich der sunbeam alpine 2 quasi das erste bond auto wenn man so will damit fährt bond schon kann in dr no room das wäre so mein zehnter platz den finde ich schick schick und klein und den fetter glaube ich in der karibik auf platz neun und ich weiß nicht ob bond jemals hinter dem steuer sitzt selbst aber seine künftige ehefrau tut es und zwar rede ich vom mercury kuga xr 7 oder xr 7 wie man auch immer ihn nennen möchte ja sehr flashy und ja irgendwie schon ein geiles auto und ich finde sollte man in einer top ten haben und sollte mal erwähnt werden auf platz acht der bmw z8 aus die welt ist nicht genug und ich weiß noch dass ich den z3 als er damals rauskam in goldfinger in goldeneye ich den richtig richtig geil fand weil ich mag so mag die kurven und im film wurde aber sehr beschissen präsentiert und stinkt ein bisschen gegen den z8 auch ab deshalb hat es nur der z8 als einzigen bmw hier reingeschafft es gibt ja glaube ich noch ein siebener in der morgen stirbt nie aber ist mir ein bisschen zu normal also der z8 auf platz acht auch wenn ich moderne sportwagen jetzt nicht besonders geil finde man kann nicht sagen dass der wagen hässlich ist der aston martin db 10 aus spektra das sieht schon vor allem sieht der teuer also wahnsinnig wahnsinnig du mehr noch mal einen drauf teuer aus aber sehr schön ja also von fast moderne sportwagen geht finde ich den sehr ordentlich an sechster stelle der lotus esprit turbo in for your eyes only glaube ich auf deutsch im geheimdienst in tödlicher mission ein geil mit den skiern hinten drauf also ein geiler wagen der finde ich ist indiskutabel muss in diese liste einer von roger moore's besten aber nicht der beste von roger moore kommt noch auf platz fünf der aston martin dbs v12 aus casino royale geiles auto geile szenen vor allem mit dem auto wie er sich überschlägt und so also schon finde ich ja ist ein verdienter fünfter platz auf platz vier einer meiner absoluten lieblinge und zwar der toyota 2000 gt aus man lebt nur zweimal ne ja in tokio fährt er den kleine weiße ganz toll finde ich finde ich sehr schön kann ich so sagen für jemanden der jetzt nicht so ein totaler auto nahe ist aber natürlich bond sehr liebt und die ganze kultur drumherum dieser wagen auf dem dritten platz ist so dermaßen wunderschön und zwar rede ich hier vom aston martin vintage volante und den fährt er gleich zweimal den fährt er einmal in living daylights und dann fährt er ihn nochmal in no time to die und beide male ist es ein ziemlicher kracher und ich muss auch sagen es war mein herz hüpfte als er in no time to die nochmal auftauchte also fand ich sehr sehr schön auf platz zwei der lotus esprit serie 1 was für ein auto wunderschön sogar noch als u-boot wunderschön ja und der war in der spion der mich liebte wenn ich mich nicht vertue ich bin mir ziemlich sicher ich glaube ich hatte meine zweifel und dachte er wäre auch aus in tödlicher mission aber nein der spion der mich liebte das stimmt schon und auf platz eins wie soll es anders sein alles andere wäre frevel man darf mit dem guten alten estimaten db5 nicht anders umgehen als ihn auf den ersten platz zu packen ach in goldfinger zum ersten mal aufgetaucht und da war er auch am legendärsten finde ich gibt es ja immer dann nochmal mit ein paar anderen erneuerungen und neuigkeiten und wie freuten wir uns doch in skyfall dass er nochmal so in szene gesetzt wurde ja sehr schön also das wäre mein erster platz und vielen vielen dank fürs zuschauen bis zur nächsten top 10 ihr lieben und bis zur nächsten bond folge bis zum nächsten bis zum nächsten bis zum nächsten bis zum nächsten Vielen Dank.